Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie sich auf Ihren Reisen in ferne Länder nicht um Formalitäten, Reservationen und Fahrpläne kümmern wollen, sondern möglichst viel erleben, viel sehen und sich dabei noch verwöhnen lassen, dann sollten Sie sich für Coop Extra Reisen entscheiden. Coop Extra Reisen? Geht's? Ein Team von kompetenten Fachleuten mit langjähriger Erfahrung im Organisieren und Durchführen von Reisen freut sich auf Ihren Anruf und beraten Sie am Telefon in allen Fragen, die Ihre Ferien betreffen. Für Sicherheit und Komfort während dem Non-Stop-Flug garantieren zuverlässige Fluggesellschaften wie die bekannte Air China. Und die aufmerksame Betreuung durch die landeskundige Schweizer Reiseleitung sorgt für einen problemlosen Verlauf Ihrer Reise und für einen unbeschwerten Ferienaufenthalt im Erstklass-Hotel. Mit Coop Extra Reisen sind Sie bei allen Höhepunkten dabei. Sie verpassen keine von den bekannten Sehenswürdigkeiten und wir schauen dafür, dass Sie Ihres Ferienziel hautnäch erleben können. Coop Extra Reisen überzeugt durch Extra-Leistungen. Tausende von begeisterten Kunden sind bereits mit Coop Extra Reisen zum Beispiel nach China geflogen. Und das sensationelle Angebot gilt auch für Sie. Acht Tage Peking mit Non-Stop-Linienflug, Übernachten im Erstklass-Hotel und vielen zusätzlichen Leistungen offerieren wir Ihnen ab 995 Franken. Abflüge gibt es jeden Sonntag und sofort buchen oder ausführliche Informationen anzukommen, können Sie jetzt über die Telefonnummer 031 329 44 44. Die Leitungen sind noch bis abends um 9 Uhr besetzt. Wie bei allen anderen Coop Extra Reisen nehmen wir übrigens auch bei dieser China Reise Rekascheck voll in Zahlung. Mit dem Betrag, den man so zum günstigen Preis ane spart, kann man in China viel unternehmen, zum Beispiel gut essen gehen. Und mit diesem Stichwort wären wir glücklich beim nächsten Beitrag gelandet. In unserer Tiefkühlabteilung finden Sie unter anderem eine grosse Auswahl an Fisch und Meeresfrüchten von Goldstar. Auch lustige Riesenkrevetten für dekorative Gerichte sind dabei und haben den armen Amrain, der allerdings nicht mit auf China kann, zu einem exotischen Rezept angekriegt. Grüezi miteinander. Ich hoffe, dass dank meinen Honigkrevetten auch alle anderen, die zu Hause bleiben, auf die Rechnung kommen. Die Krevetten mit einem Viertel vom Sambal und Maizena mischen und im heissen Öl im Wok braten. Dann rausnehmen und auf die Seite stellen. Nochmal einen Esslöffel Öl erhitzen. Und zwei Knoblauche ziehen, solange mitdünsten, bis sie leichte Farbe annehmen. Brokkoli, Rösali und wenig Wasser dazugeben. Schnell mit Pfeffer und Salz würzen und zugedeckt ca. 4,5 Minuten mitdünsten. Den Brokkoli auf einer vorgewärmten Platte anrichten. Dann haben wir einen weiteren Esslöffel Öl, den Rest vom Sambal und gehackten Knoblauchen anrösten. Zwei Esslöffel Honig und Sesam erhitzen. Sobald der Honig schäumt, die Krevetten dazugeben, gut durchmischen und sofort in der Mitte des Brokkoli anrichten. Auch das Rezept für die Honigkrevetten finden Sie wie immer in der Coop-Zeitung bei den Aktionen. Schon jetzt viel vergnügen und auf Wiedersehen. Ein Rezept, das bestimmt nicht zu viel verspricht. Vielversprechend ist auch das heutige Markenfenster. Als erstes eine Neuheit von Germain. Hallo. Sie träumen von einem Lippenstift, der keine Spuren hinterlässt und sich angenehm trägt. Nicht träumen, ausprobieren. Voilà, Rouge nonstop von Germain. Die kussechte Revolution. Er hält nonstop, verläuft nicht, hinterlässt keine Spuren. Und ist eine einzige Wohltat. Er ist und bleibt kussfest. Für mich gibt es keinen anderen mehr. Neu. Rouge nonstop. Die Innovation von Germain. Die Arnie Schoggi hat ein neues Gesicht und ein neues Rezept bekommen. Was man davon halten, wollte ein Team vom Coop-Studio dort erfahren, wo die Konsumentinnen und Konsumenten besonders anspruchsvoll und kritisch sind. In unseren Läden. Und? Es ist fein und richtig cremig. Total schockig. Edelne Kackusorte, gute Schweizer Milch und knackige Nüsse braucht es für die Herstellung einer feinen Schoggi. Dazu viel Fachwissen vom Confiseur und ein Schuss Perfektion bei der Produktion. Eigentlich ganz einfaches Rezept, wenn es könnte. Kennen Sie diese Schoggi? Das ist sicher eine der bekannten Schweizer Marken. Richtig. Arnie Foucault. Wenn Sie erst gerade jetzt eingeschaltet haben, so ist das zwar schade, aber Sie kommen doch noch zur rechten Zeit für Ihren persönlichen Preisvergleich. Verschiedene Goldstahlglassen sind in Aktion. Rahmglassen-Gornet im Multipack kostet zum Beispiel nur 3,95 Euro. Alle Sorten Gruyère kommen Sie pro Kilo 4,50 Fr. günstiger über. Mild verpackt zum Beispiel für 14,80 Euro. Chocoli-Ulve gibt es als 3 für 2 für 5,50 und Chocoli-Ulve-Milch ebenfalls als 3 für 2 für 5,90. Persil-Standard kommen Sie über für 9,40. Ausserdem offerieren wir Ihnen Damen- und Herren-T-Shirts für 10 Fr. und Norvis Basic-Jeans für Damen für 49 Fr. Im Go-Prestaurant macht Ihnen der Küchenchef folgenden Vorschlag. Penne al Pesto und das für weniger als 10 Fr. Das staunt sogar in Italien. Reisen mit Go-Prestaurant extra in ferne Länder wie China sind heute im Mittelpunkt gestanden. In einer Woche bleiben wir dann aber wieder zu Hause mit Tipps zum Grillieren. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.